Ich begrüße dich ganz herzlich zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal und heute schauen wir uns mal den Grand Casino Tycoon an. Dieser erscheint am 20. Mai auf Steam, also in ein paar Tagen schon und ich konnte mir eine Vorab-Version sichern und kann da bereits mal ein bisschen reinschauen für euch und euch diesen zeigen. Ja, der interessiert mich deshalb auch, weil wir ja gerade Steam Casino gespielt haben und das ein bisschen das Konkurrenzprodukt ist, was ebenfalls jetzt auf den Markt kommt und ich sehr gespannt bin, was das so bietet. Es ist von den Machern von Rescue Headquarters, der Tycoon. Es wird uns also etwas Ähnliches erwarten wie da und aktuell ist es noch nicht die finale Version. Also es ist noch eine Preview-Version, die ich hier habe, deshalb es können noch Änderungen entstehen. Besser gesagt, es hat ja auch Dinge, die glaube ich dann weg sind. Da es von deutschen Entwicklern ist, bietet es bereits Deutsch als Sprache an, ist vielleicht noch nicht ganz 100% final. Ja, ich würde sagen, wir starten hier mit der Lille Oasis. Jedes Imperium hat irgendwo angefangen und ich habe bereits ein klein wenig gespielt, etwa 15 Minuten, dann ist mir vorhin die Aufnahme weggebrochen. Oder besser gesagt, es hat ein kleines Problem gegeben und deshalb fange ich nochmals von vorne an. So, ah, du bist du ja. Es ist schon über ein Jahr her, wo hast du nur die ganze Zeit gesteckt. Ich habe einen neuen Job für dich, hilf mir, meine neu gebauten Casinos zu verwalten, um reiche Säcke und mir Taschengeld zu erleichtern und es denen zu geben, die es wirklich brauchen. Ja, er braucht es ganz dringend wirklich. So, dann haben wir die Basics. Übrigens, das ist auch sehr interessant, das dürfte auch nicht sein. Die kenne ich natürlich. So, jetzt haben die Marktforscher eine Checkliste zusammengestellt mit Objekten, die es braucht, um Spielertypen anzulocken. Und das sind jetzt Slot-Zombies, so heißt der Spielertyp. Ist ein bisschen speziell, aber ja, wie gesagt, wir kennen uns auch nicht ganz so groß aus. So, wir beginnen jetzt mit dem Bauen. Das Tutorial überspringt übrigens automatisch nach gewisser Zeit. So, wir müssen jetzt das Konstruktionsmenü haben. Das ist das hier. Und jetzt müssen wir hier diese Gegenstände bauen. Und das ist einmal natürlich ein Spielautomat. Der macht Lärm in diesem Umkreis. Und ich würde den mal hier in die Ecke setzen. So, drei Stück vielleicht. Dann brauchen wir eine Bar. Die ist soweit hier. Da ist der Cash hier übrigens. Dann machen wir gleich die Bar daneben. Und die Tische einmal mit Abstand so dahin. Wir brauchen auch eine Verpflegung. Die würde ich dann hier hin bauen. Mit Tischen hier. Dann, genau. Es gibt die Möglichkeit, die Böden zu customisen. Kann ich kurz zeigen. Hier zum Beispiel so. Dann sieht das Ganze, wenn man aus dem Baumodus geht, so aus. Ganz cool gemacht, muss ich sagen. Also auch hier haben wir die Möglichkeit, ein Parkett gibt es da noch. Das ein bisschen zu individualisieren. Wenn ich ehrlich bin, so der pinke Hintergrund ist jetzt nicht gerade so meins. Also, und der Boden. Also das gefällt mir dann schon deutlich besser. Wir lassen das jetzt aber mal noch so. Es gibt Raumtrenner, um etwas abzutrennen. Also zum Beispiel hier jetzt kann ich das so abtrennen. Macht auch so eine Schräge. Wenn ich eins rausgehe, macht er das so. Dekoration, da kommen wir gleich dazu. Und es gibt Toiletten. Die sehen ein bisschen speziell aus. Ja, muss man schon so sagen. Stellen wir hier neben den Eingang. So, gut. Wir haben alles, was dieser Spielertyp von Casino erwartet. So, jetzt sollen wir das Spiel fortsetzen. Genau. Sogar der alte Girard taucht auf. Schauen wir dir nur an. Er wird direkt zum Spielautomaten gehen. Anschließend zur Weinbar. So. Genau. Ich glaube, das ist eine spezielle Spielerrolle. Die gibt es nämlich hier, so spezielle Spieler, die dann ins Casino kommen. Ja, jeder Spielertyp hat seinen VIP, der als Botschafter für seine gleichgesinnten Spieler fungiert. So wie der alte Girard hier. Also der ist so ein bisschen der Botschafter. Und der entscheidet, wie unsere Beliebtheit ist. Man muss es fast schon so sagen. Und er, ja, er gibt uns an, was wir besser machen können. Sagen wir es mal so. Genau. Jetzt ist er nicht ganz so zufrieden. Oh, da ist noch ein Intro. Schauen, was da kommt. Er liebt einen guten Drink. Wenn er sich wohlfühlt, bringt er jede Menge Freunde mit. Aha. Großer Fan von Spielautomaten. Ja, ist natürlich ein bisschen speziell dargestellt. So. Okay. Jetzt müssen wir... Genau. Jetzt möchte er ein bisschen Dekoration, dass er sich mehr wohlfühlt. Da schauen wir mal rein. Und zwar, wir haben einerseits eine Palme. Stellen wir gleich neben die Toilette. So. Ein paar Pflanzen. Dann haben wir ein goldenes Pferd. Oder eine Pferdestatue. Die stellen wir hier so in den Weg. Wenn man reinkommt, muss man an der vorbei. Wir haben auch so eine Kartenstatue. Die stelle ich sonst mal hier hin. Dann haben wir da eine abgetrennte Ecke. Eine abgetrennte Ecke. Wir haben eine Vase. Die könnte da in die Ecke. Da wird da fleißig gegessen. Säulen haben wir. Zum Beispiel hier. Eine Stehlampe würde ich mal hier hin machen. Ja, wir schauen uns all die Gegenstände an. Also, ich spiele das hauptsächlich, um eben, wie gesagt, den Eindruck zu gewinnen. Wie das Spiel so ist. So, und dann haben wir ein Ballon-Bouquet. Dann nehmen wir das. Hier hin. So. Ich kann es fühlen, sagt er. Das nächste Spiel wird mein grosser Gewinn. Ja, wir werden sie. So, jetzt sollen wir mal Musik hin machen. Und das Ding ist, jede Gruppe hat eine spezielle Musikrichtung, die er jetzt hören möchte. Genau. Und wir können jetzt hier hin gehen, auf die Slot-Zombies. Und da sieht man, was sie mögen. Sie lieben Funky-Musik. Sie hassen Beruhigende. Sie hassen Angeber. Und sie hassen Feiern. Okay. Wie es auch so ist. Dann haben wir hier bei den Lautsprechern einmal Club-Musik. Funky. Und beruhigende Musik. Und sie möchten ja Funky. Also stellen wir hier neben die Maschinen ein bisschen Funky-Musik auf. So. Ja, ich würde sagen, hier im Umkreis. Genau. Man kann nie genug haben. Und jetzt sollen wir die Zeit auf viermal stellen. So. So. Wir sollen die Beliebtheit auf 60% bekommen. Aktuell ist das bei 51. Ja. Preisgestaltung. Da kann man Heatmaps einblenden. Spielen. Ambiente. 56. Vielleicht schaffen wir das sogar, ohne etwas noch zu ändern daran. Jawohl. Sehr schön. Ein größeres Casino lockt mehr Spieler an. Also lasst uns ein neues Grundstück kaufen und unser Casino vergrössern. Jetzt habe ich mir so Mühe gegeben mit dem Bau. Ne, überhaupt nicht eigentlich. Aber es ist ja auch darum ge... Es geht darum, das Game zu zeigen. Sag ich mal so. Okay. Wir können das so holen. So. Und wir können jetzt einen weiteren Spielertyp anlocken, wenn wir die Voraussetzungen für ihn haben. So. Ah. Oder man wartet die Zeit ab, wenn ich das richtig sehe. Aha. Okay. Und wir sollten die möglichst, äh, abtrennen natürlich. Weil die schreien rum und die anderen Spielen möchten das nicht. So. Jetzt ist er gegangen. Der war ja lange hier. Genügend lange. Gut. Jetzt gibt es hier Videopoké. Eine moderne Videopoké-Maschine mit niedrigem Einsatz. Videopoké verursacht kein Lärm. Ja. Das ist ja praktisch. Und ich würde sagen, die platzieren wir hier in die Ecke. Also ganz weit weg davon. Fünf Stück müssen wir platzieren. So. Und jetzt müssen wir sicher gehen, dass die schreienden Slots um ist, die Videopoké-Automaten nutzt. Stand da kein oder das ist sie? Verstehe ich jetzt nicht ganz. So. So. Und jetzt sollen wir, damit es genügend Spielautomaten hat für die, müssen wir weitere platzieren. Also würde ich sagen, hier drei. Zum Glück habe ich hier ein bisschen Platz gelassen, ehrlich gesagt. Da kann ich nicht, oder? Ja, das ist so gesperrt dann. Ah, passt ja direkt. So. Das ist ihre Routine, was sie mögen. Auf das muss man jetzt hier eingehen. Okay, sie beginnen hier um. Also sie trinken an der luxuriösen Bar. Dann spielen sie, dann essen sie, gehen sie auf Toilette, spielen, spielen und gehen wieder an die Bar. Okay, jetzt sollen wir also wieder eine Bar bauen. Aber diesmal ist das die luxuriöse Cocktail Champagner. Ah, wir sehen hier Tags, Standardbar, Gastronomie und Rausch. Gastronomie und Rausch ist auch, aber es ist natürlich eine luxuriöse Bar. So. Ja, die stellen wir jetzt auf. Komm, wir machen dasselbe. Wir spiegeln das einmal hier. Aber sie sitzen dann an denselben Tischen wiederum. Das ist ein bisschen komisch, aber da. So. Gut. Und jetzt, sie haben wahrscheinlich ein eigenes Essen auch. Meeresfrüchte. Sowas aber auch. So, das baue ich mal hier in die andere Ecke. Also wie erwähnt, es geht darum, euch das Spiel zu zeigen. Und sehen, wie das so wirkt. Und es geht jetzt nicht darum, dass das Casino danach top aussieht. So, Tisch mit niedrigem Einsatz. Ah, schau an hier. Craps Tisch. Den würde ich mal hier platzieren. An die Wand geht das. Ah, natürlich der Dealer muss da auch noch hin. So. Und jetzt kommt der Austin Powers. Ist ein Vornehmerspieler. Ah, da isst er die Meeresfrüchte. Also. Wir sehen hier sehr viele Ausschnitte. Ich nehme mal an, das ist alles Content, was wir uns noch erspielen können. Hoffe ich doch. Da kommt nicht mit jedem klar. So, wir sollen jetzt hier wieder Beliebtheit erreichen. In dieser Zeit möchte ich noch ein paar Böden ändern. Und zwar, wir haben es bisher nur da bei den Tischen gemacht. So, weil der Boden hat wahrscheinlich keinen Einfluss darauf. Gehe ich mal davon aus. Gut. Ich denke, was wir machen sollten, ist eine zweite Toilette. Hier hin. Und dann, eventuell, was haben denn die vornehmen Spieler gern? Sie lieben auch Funky-Musik. Okay. Dann platzieren wir doch da mal was. Ja, vielleicht nicht beim Tisch drüben. Also, da haben sie schon mal Übereinstimmungen, sag ich mal so. 34% nur. Ah, das Ambiente ist schlecht. Da seht ihr auch, es ist noch nicht alles auf Deutsch. Da hat es wieder ein paar Dinge gehabt, die Englisch sind. So. Wird sich hoffentlich zum Release hin noch ändern. Aber der Typ, der regt mich jetzt schon auf. Die kann man übrigens ausschalten, die Kommentare von diesen speziellen Leuten. Werden wir auch tun, wenn der noch weiter so dazwischen kommentiert. So. Komm, jetzt haben wir aber wieder viel Ambiente geschaffen. Also, ich kann auch die ganze Map zu machen. Wenn das mehr bringt. So, der Sound sieht auch so speziell aus. Und alles kostet, das kostet 40 Dollar in der Minute. Und 500 zum Ausstellen. Oh, jetzt ist der andere Typ auch schon da. So. Stand zu lange neben einer stinkenden Toilette. Das gibt's doch nicht. Jetzt machen wir da noch eine Wand hin. So. Und so. Da hinten geht ja nicht, oder? Nee. Genießt die Einrichtung. Ah, ich stand so lange daneben. So. Wir machen hier Wände. Wenn das was bringt. Und dann gleich hier noch so zu. So, jetzt kann der aber wirklich nicht lange dastehen, oder? Außer er wartet natürlich zu lange. Aber der geht ja nicht mal rein, oder? Ist nicht das richtig? Also, jetzt ist die Toilette leer. So. Der geht auf Toilette. Ein bisschen speziell. Oh, da sieht man sogar, wo der hingeht. Hä? Warum geht es der hier drüben? Der hasst doch laute Musik. Vielleicht hat er zu wenig Pokertische. Das könnte noch sehr gut sein. Er hat ja alle seine Freunde mitgebracht. Die er ebenfalls spielen möchte. Dann, oder? Ah, das ist vielleicht schon eher was. Gut. Wir geben einfach ein bisschen Geld aus. Wir haben ja noch was. So klein wenig. Und der Craps-Tisch ist aber nicht ausgelastet. So, 54. 55. Oh, Jackpot. Nee, das ist nicht gut. Na gut, dann bleibt er länger. Das stimmt wieder. Haben wir zu wenig Toiletten? Ich glaube, es ist eher das. Okay. Ich nehme mal die Pflanze hier. Nee, ich kann die nur anklicken. Ich kann die nicht umplatzieren damit. Okay, wir brauchen mal ein Abriss-Tool hier. Verkaufen, entfernen. Und damit kann ich wahrscheinlich Wände abreißen. Genau. So. Okay. Dann hier auf die Toilette. Da drauf. Sehr gut. Okay. Was wir jetzt natürlich noch schaffen müssen. Wir müssen die Gruppen trennen. Also sie dürfen sich nicht groß begegnen. Das ist auch so eines der Hauptprobleme. Aktuell ist das im guten Bereich. Wenn du das noch einmal sagst. Mann, dieses Geschrei hier. So. 56%. Jetzt sinkt es dann gleich wieder, oder? 57%. Ist schon besser geworden. 59%. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Jawohl. Sehr gut. Okay. Jetzt sollen wir die Ziele erragen. Und wir müssen mindestens eine Trophäe haben, um in das nächste Level zu kommen. Und ich denke, ja, mal schauen. Also 75% wird, glaube ich, schwer. Ein Profit von mindestens 5000 Dollar am Tag, oder wie ist das gemeint? Und alle Ziele in diesem Casino abschliessen. Ah, in dieser Zeit, die da läuft. Okay. Jetzt müssen wir mal schnell auf die Finanzen schauen. Das ist nämlich hier. Das ist pro Minute gerechnet. Also nehme ich an, ist das hier auch, das ist auch pro Minute. Also wir haben eine sehr hohe Miete. Spieltische kosten auch etwas. Dekoration kostet etwas. Lautsprecher. Und wir haben dann wiederum, also Ausgaben, Erträge und der Profit. Und die Spieltische machen aktuell keinen Profit. Spielautomaten machen wiederum Profit. Okay. Ah, da gibt es noch Forschung. Okay. Geht da aber nicht. Und das ist die Karriere. Da komme ich. Also, hier, ich brauche einen Schlüssel. Das Ding ist aber, für das nächste brauche ich dann wiederum mehr. Ich glaube aber, den bekommen wir nur, wenn wir es in dieser Zeit schaffen. Also. Ja, was machen wir jetzt Gescheites? Ich weiss nicht. Ich habe eigentlich sehr viele platziert. Sehr viele Automaten sind da eigentlich platziert. Stellen da noch zwei hin. Und wir stellen... Hier auch noch ein paar hin. So. Hat natürlich wieder was gekostet. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass der Profit da ist. Heißt das, dass es erwartet oder dass die im Weg ist? Ich glaube, die ist einfach im Weg. Weil ihr seht ja hier. Das bewegt sich auch noch so komisch. Ich hätte die besser in eine Ecke gestellt. Das wissen wir fürs nächste Mal. Auf jeden Fall. Also, ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich versuche das bis dahin zu erreichen. Und dann wird es dann weitergehen. Mit dem nächsten Level. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Link des Spiels ist in der Videobeschreibung. Wenn ihr es euch auf die Wunschliste packen möchtet. Und mal schauen, wie viel es dann kosten wird. Das kann ich aktuell auch noch nicht sagen. Habe ich keine Info dazu. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Habt einen schönen Tag. Und tschüss.